Was gibt Leute? Janek mein Name und willkommen zu einem Video. Japanische Marken sind in der Fashion-Community mehr als beliebt und bekannt für die ausschauen und nicht gute Qualität der Kleidung. In diesem Video schauen wir uns einmal 5 Marken an, die für uns Techwear-Fans besonders interessant sein können. Und hier erkläre ich, wie man bei diesen Marken bestellen kann und was es für Alternativen gibt, falls diese keinen Verkauf in die EU anbieten. Den Anfang macht ein wahrer OG, und zwar die Marke Double Tabs. 1997 von Tetsu Nishihama gegründet, vereint sie unter dem Slogan Way of Life funktionelle Kleidung aus Ripstop-Materialien mit Design-Elementen aus dem Militär, vielen Taschen und hohem Tragekupfurt. In Japan, bekannt als fast reine Streetwear-Marke, findet man sie zum Beispiel häufig bei Skatern, aber sie hat auch schon kollapsende sich mit klassischen Namen, wie zum Beispiel Vans oder Supreme. Der Gründer designt hier die Kleidung auch vollkommen nach seinen eigenen Vorstellungen und trägt diese auch selber, beziehungsweise gestaltet halt seinen ganzen eigenen Style um diese Gamets herum. Und wie bei vielen anderen japanischen Marken, findet man hier auch öfter weitere Silhouetten und Proportionen, meistens in verschiedenen schwarz-grün- aber auch blauen Tönen. Und als Beispiel hätten wir da die Trax Trousers Nylon Tusser Cargos, was ein Name, aus 100% Nylon, jeweils einer Cargotasche an beiden Seiten, einem eingebauten Gürtel und sehr boxigem Schnitt. Oder auch die Shadow Jacket Nylon Taffeta Jacke, ebenfalls hier wieder aus 100% Nylon, mit einem Oversized Anorak Look. Das Branding bei Double Tabs ist sehr zurückhaltend, mit ein paar kleineren Aufschriften auf den Key-Elementen der Kleidungsstücke, wie zum Beispiel Taschen- oder Reißverschlüsse, so dass eure Freunde nicht direkt sehen, was ihr tragt, aber ihr dennoch flexen könnt, wenn sie natürlich danach fragen. Double Tabs bietet leider kein Versand an Europäer an, also man kann hier nicht auf der Hauptseite als Europäer bestellen, aber es gibt relativ viele Ausweichmöglichkeiten. Zum einen haben wir da die Marke, beziehungsweise die Seite Fashionship.jp, die generell sehr viele japanische Marken anbietet, mit einer Lieferzeit von ungefähr einer Woche. Wenn ihr allerdings innerhalb der EU bestellen wollt, gibt es da Shops wie zum Beispiel Firmament, SVD, aber auch Rotwood, die Sachen von Double Tabs anbieten. Preislich bewegen wir uns hier im mittleren bis hohen Bereich, je nachdem natürlich aber wo und was ihr kauft. Also gerade bei den Retailern gibt es gerne mal ältere Kollektionen, deutlich runtergesetzt. Als nächstes haben wir die Marke Nanamica. Der Gründer war schon immer ein großer Autofan und war sogar der Brandmanager von der norwegischen Marke Heli Hansen, als ihm dann plötzlich der Auftrag gegeben wurde, Kleidung zu erstellen für den rein japanischen Markt. Ohne jegliche Designerfahrung hat er sich dann trotzdem den Stift sozusagen in die Hand genommen und drauflos gezeichnet und konnte dann so natürlich über die Jahre viel Erfahrung ansammeln und gründete 2003 dann zusammen mit seinem Freund, der ebenfalls bei der Marke Champagne gearbeitet hat, die Marke Nanamica. Das Ziel, die Mischung von Fashion und Funktion ohne jegliche Kompromisse. Heutzutage ist Nanamica bekannt für klassische Manswear Pieces, die der modernen Zeit und Kultur angepasst worden sind mit verändertem Schnitt, aber auch Materialien wie Gore-Tex oder dem sogenannten Alpha-Dry Polyester. Und wenn wir hier schon über das Material reden, habe ich hier auch das erste Garband von Nanamica, welches ich richtig nice finde und zwar die Nanamica Alpha-Dry Shirt Jacket in Braun. Boxy, kantiger Schnitt, kombiniert mit zwei großen Taschen auf der Brust und dann diesem langen Frontzipper in der Mitte. Diese Jacke fasst die Design-Idee von Nanamica auch sehr gut zusammen mit den eben angesprochenen klassischen Manswear Pieces, die dann aber der modernen Zeit angepasst worden sind. Der Sipper führt hier wirklich einen gewissen Grad an funktionellem Aussehen hinzu und natürlich darf man das Material auch nicht vergessen, welches nicht nur Schweiß aufnimmt und an die Außenluft abgibt, sondern auch extrem schnell trocknet und auch den beißt. Als weiteres Beispiel hätten wir da die Nanamica Cargo Hose aus einer Cordura Ripstop Konstruktion mit weitem Schnitt, insgesamt sechs Taschen und inspiriert von der traditionellen M1951 Hose, die auch vom US-Militär zum Beispiel getragen wird. Leider können wir bei Nanamica auch hier nicht direkt auf der Homepage bestellen, sodass wir auf Seiten wie End, Firmament, aber Fashionship.jp ausweichen müssen und preislich bewegen wir uns hier im mittleren bis hohen Bereich. Natürlich auch hier immer abhängig davon, von welcher Kollektion ihr kauft. White Mountaineering ist ein Name, über den man doch schon etwas öfter stolpert, sobald man sich in der Tech-Christian etwas umschaut und sie haben auch schon etwas bekanntere Collapsen hinter sich mit Namen wie Adidas, aber auch Uniqlo. 2006 gegründet, vereint sie hier die drei Prinzipien Design, Utility, aber auch Technologie und dementsprechend ist auch das Ziel die Entwicklung von Kleidung mit Hightech-Features und Design, die hier wirklich den höchsten Standard an Qualität, aber auch Funktionalität bieten. Wie der Name schon vermuten lässt, steht hier das Wort Mountaineering für den hohen Berg, der hier das ultimative Testgebiet für die Kleidung darstellt, aber auch einen Ort der Inspiration. Das Material Gore-Tex ist hier ein fester Bestandteil der Marke, aber nicht nur des Stoffes an sich wegen, sondern auch wegen dem hohen Standard, den man für Gore-Tex zertifizierte Produkte erreichen muss, mit Regeln, die sich halt wirklich durchgehend anpassen und auch verschärfen. Ich habe mich mal ein bisschen im Online-Store umgeschaut, was es da so an coolen Sachen gibt und da ist mir direkt der Gore-Tex Packlight Plus Zip Pocket Packer Navy ins Ohr gefallen, super langer Name hier wieder. Nicht nur da eine etwas ungewöhnliche Farbpischung mit diesem Navy Blau und Olivgrün, sondern auch diese vielen Reißverschlüsse, diese asymmetrischen Reißverschlüsse sind Detail, welches ich wirklich sehr, sehr nice finde. Hellgestellt hier aus Nylon, Ripstop, Gore-Tex und einem sogenannten Packlight Plus Gewebe ist der Packer hier sehr strapazierfähig, wasserdicht, winddicht und trotzdem leicht und atmungsaktiv. Wenn wir Richtung unterer Körperhälfte schauen, gibt es da die Twill Jogger Pants mit einer sehr schlanken, sauberen Silhouette, elastischen Bund, Kordelzug und dann den zwei sehr prägnanten Taschen an den Seiten. Erschreckt euch nicht, auf der Homepage ist wirklich alles japanisch. Ihr könnt das aber einfach kopieren, in DeepL einfügen und euch übersetzen lassen. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Bei White Mondeering könnt ihr sogar als Au-Pair auch im Online-Store bestellen. Jedoch könnt ihr hier die Sachen nicht zurückschicken. Das solltet ihr dann definitiv bedenken. Und dadurch, dass wir es hier mit High-End-Kleidung, aber auch Materialien zu tun haben, wie zum Beispiel Gore-Tex, ist der Preis hier natürlich etwas höher. Ebenfalls relativ bekannt ist die Marke Ant Monda. 2011 wurde sie hier von zwei Freunden gegründet und 2016 gewann sie sogar den Tokyo Fashion Award für die Kombination aus Fashion und Performance. Und wie bei den anderen Marken auch, ist hier das Ziel die Entwicklung von Outdoor-Kleidung für die Natur, aber auch Berge, um gleichzeitig eine Brücke zwischen High- und klassischer Outdoor-Fashion zu erschaffen. Funktionen und High-Tech-Materialien werden für solche Aktivitäten wie Bergsteigen zum Beispiel natürlich gebraucht und sind somit auch ein sehr großer Bestandteil der Marke. Ant Mondeering benutzt eine interessante Markierung ihrer Garments. Und zwar findet man auf den einzelnen Kleidungsstücken eine bestimmte Anzahl an kleinen Bergsymbolen. Drei Berge bedeutet, dass man die Kleidung für ernstgemeinde Bergsteigaktionen benutzen kann. Zwei Berge bedeutet, dass es eine Mischung aus High-Tech und natürlichen Stoffen ist. Und ein Berg beschreibt ein erweitertes Kleidungsstück für das alltägliche Leben. Bei Ant Warner sind außerdem alle Garments unisex und unterscheiden sie wirklich nur in geschlechtsspezifischen Größen. Ein Item, welches mir wirklich sofort aufgefallen ist, als ich mir den Shoppen etwas genauer angesehen habe, ist die Patex Shield Rain Jacket mit einer sehr interessanten graubarauenden Farbe und den noch sehr hervorstechenden Reißverschlüssen auf der mittleren Brust. Hergestellt hier aus dem sogenannten Patex Shield bietet diese Jacke hervorragenden Schutz vor Regen, aber auch eine ausgezeichnete Atmungsaktivität und sie ist ebenfalls ausgestattet mit wasserdichten Reißverschlüssen unter den Armen, was definitiv bei sportlicheren Aktivitäten wie zum Beispiel Fahrradfahren hilft. Man munkelt ja immerhin, dass sich Leute diese Kleidung nicht nur fürs Aussehen kaufen. Das Branding ist ja auch wieder relativ zurückhaltend mit einem kleinen Ant Warner Dreieck auf der Vorderseite der Jacke und dann einem Schriftzug auf den Reißverschlüssen. Ihr könnt die zwar nicht direkt bei Ant Warner bestellen, aber der sogenannte World Shopping Service ist Partner von denen. Das ist ein Proxyanbieter, der euch dort einkaufen lässt. Wie funktioniert das Ganze? Eigentlich super einfach. Ihr packt die Sachen in den World Shopping Warenkorb und die kaufen dann für euch sozusagen bei Ant Warner ein, natürlich mit einer kleinen Gebühr. Die Sachen werden dann an das World Shopping Service Warenhaus geschickt und wenn diese da ankommen, bekommt ihr eine Benachrichtigung, müsst dann nochmal den internationalen Versand bezahlen und dann werden die Sachen an euch geschickt. Sicher ist das Ganze auf jeden Fall, aber natürlich hier müsst ihr auch Zoll bedenken, heißt, da gibt es dann nochmal einen kleinen Aufpreis am Ende. Das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben mit der Marke Ryasa. Ryasa ist eine japanische Street Hybrid Marke mit sehr guter Qualität und jetzt kommt es einem sehr geilen Preis von 100 bis 200 Euro pro Garment. Ein großes Problem, welches wir hier leider in Europa haben, ist, dass zwar sehr viele Marken weitere Hosen anbieten, diese dann aber fast nie den verdammten Tape haben. Generell tun sich halt westliche Designer irgendwie schwer damit, bei solchen weiten Hosen den ordentlichen Tape einzubauen und genau da kommt Ryasa ins Spiel. Mit Hosen, mit weiteren, ja, relaxenden Silhouetten, manchmal sogar Drop Crotch und trotzdem einen richtig nicen Taper. Die Overtek Tapered Pants ist hier das perfekte Beispiel. Hergestellt aus einer Nylon-Mischung, bietet diese Hose nicht nur hervorragende Elastizität, sondern ist auch sehr leicht und alt und produktiv und lässt sich somit sehr gut im Warmwetter tragen. Den Taper könnt ihr hier mit den Reißverschlüssen auch frei einstellen und somit lässt sich diese auch sehr, sehr gut eurer Schuhball anpassen. Tragt ihr zum Beispiel flache Schuhe wie Vance, würde ich den Tape eher etwas weiter zumachen oder tragt ihr etwas höhere, ja, kräftigere Schuhe, dann würde ich den Tape zum Beispiel eher etwas aufmachen. Als weiteres Beispiel hätten wir dann noch die bulky white papered pants mit einem, ja, deutlich weiteren gelassenen Schnitt und die Textur der Hose erinnert hier, wie der Name schon vermuten lässt, an Papier. Hergestellt aus einem Baumwolle-Polyester-Gemisch lässt sich diese Hose hier wahrscheinlich mit einem sehr angenehmen Hautgefühl tragen und bietet zudem auch noch eine gewisse Art an Dehnbarkeit. Eine Hose hätte ich noch für euch, und zwar die Solid Cargo Jogger Pants, die hier besonders tech-will einsteigernd gefallen sollte mit diesen doch sehr markanten Cargo-Taschen und wasserfesten Reißverschlüssen an der Seite. Den wirklichen Taper haben wir ja nicht. Stattdessen hat diese Hose kurze Jogger Cuffs, die aber noch lange nicht so schlimm aussehen, wie die ganze Stuff, den ihr zum Beispiel bei Dropshippern bekommt. Das geht ihr bei der Hose wirklich eigentlich komplett voll durch. Zuletzt hätte ich dann noch eine Jacke für euch, und zwar die 3-Layer-Sland-Zip-Jacket mit einem sehr nicen asymmetrischen Design dank des großen diagonalen Reißverschlusses vorne und dann, wie der Name schon vermuten lässt, ist sie aus einem 3-Lagen-Gewebe hergestellt, welches Atmungsaktivität, aber auch wasserweisende Eigenschaften verspricht, aber auch eine gewisse Winddichte. Zusätzlich gibt es noch eine kleine Tasche am Oberarm, die aber meiner Erfahrung nach eher für den Look da ist, als wirkliche Funktion. Sieht, finde ich, trotzdem sehr cool aus und leider kann man als O-Pair nicht direkt bei Rehasa bestellen, sondern muss auch hier wieder den Umweg über Proxy-Anbieter gehen. Ich habe mich diesbezüglich mal mit InstantNoodle unterhalten. Hier nochmal viel, vielen Dank an dich, Daniel. Er ist sozusagen der Experte auf dem Gebiet und hat mir ZenMarket ans Herz gelegt. Dort könnt ihr einfach nach Rehasa suchen oder sogar die URLs der kleinen Stücke einfügen und dann über deren Service und eine kleine Zusatzgebühr den Kram kaufen. Wenn ihr mal gerne ein Video zu Proxy-Anbietern hättest, schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich mal ein Video dazu, wo ich da bestelle und euch dann aufkläre, wie das Ganze gelaufen ist und auf was man dann im Nachhinein achten muss. Das war es auch schon für dieses Video. Gibt es eine Marke, die euch besonders gefallen hat von denen, die ich vorgestellt habe? Schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Bin ich wirklich sehr gespannt. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst es, abonniere nicht für mehr nicen Techware-Content. Und über ein Like würde ich mich natürlich auch immer freuen. Außerdem habe ich einen Discord-Server mit über 500 Mitgliedern, auf dem wir täglich über alles möglich quatschen, von Techware bis hin zu normaler Fashion, Games, Food, whatever. Wirklich ein sehr neiser Platz zum Abhängen. Geht das willkommen. Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Als nächstes werden wahrscheinlich relativ viele Reviews kommen. Ich habe eine Jacke hier, eine neue, eine Tasche, Access-Ball-Haus, Brille. Wirklich alles mögliche. Könnt ihr euch darauf freuen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Hauda, hauda. Jo, ich bin's nochmal. Danke natürlich für die ganzen Kommentare unter dem Hamcus-Review. Ich weiß, dass das Video, aber auch die Marke sehr, sehr speziell sind. Aber ich bin doller froh, wenn ich ein paar von euch die Marke etwas näher bringen konnte. Deswegen großes Dank hier nochmal an Yoshi, Nayef, Memo, A, Cody, Cloud, Sherry, Joghurt, Milchshake, Marvel, Iron, Eden und Rainboy. Passt auf euch auf, Leute. Hauda, hauda. Da, hauda, hauda. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.